hey leute und herzlich willkommen auf mein kanal floßlist wir spielen heute mit dem dumme ein spiel was spielen wir denn dumme ich bin rock of ages ein sehr schönes spiel es ist sehr sehr toll ich kann hier nicht raussuchen keine ahnung wo er baut einer von dir ich habe mein ganzes geld verloren ich möchte natürlich weiter machen wer denn fertig ihr blöden köpfe kann man nicht drehen dann mach es woanders ... oh uc da ist nicht zu schnell ja naja ja 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 puto wie um was geht denn das spiel wie zumindest funktioniert denn dort Also das Prinzip, dass man mit seinen Steinen durch diese Hindernisse rollen muss, die der andere Gegner aufgebaut hat und dann in die feindliche Festung muss, um dann da seinen Obertrottel zu töten. Genau. Der wirklich größte Sinn dieses Spiels. So kann man das tatsache sagen. Also die Erklärung war am feinsten. War so hart von. War richtig stolz auf dich. Also ich kann voll gut mit Babawagen und Apo Rett mithalten. War so hart von, das glaubst du ja nicht. War richtig stolz auf dich. Keine Ahnung, wie man das drehen kann, aber... Keine Ahnung, warum ich das nicht setzen kann. Das ist, äh, ja. Ich meine ja, ich hab das Geld. Meins rot ist, kannst du es nicht setzen. Ich meine, ich klicke da hin und ich kann es nicht anklicken. Also ich kann nichts setzen. Okay. Naja. Warum bist du schwarz? Ey, Alter, sei mal nicht so rassistisch. Nichts aber so, du bist schwarz. Nein. Nein. Komm. So schön. Kette mir. Ja. Ach komm, wo sind die blöden Leute? Die haben mich gerade eben mit Stein abgeworfen. Ach. So, was machen die? Ja. Was hab ich gehört? Was machen die so was? Das reihe ich mich auch. Find ich total scheiße. Und wolltest du mich gerade echt kaputt machen, Mann? Nein. Niemals. Das reihe ich mich. Okay. Blödemannee kein problem mit den schiffen das ist ja nicht so dass ich einfach so zerstören kann aber ok was warum die ich zerstören kann das kann ich dir der tatsache nicht sagen warum dieser bezug da war und wie ist deine verteidigung janschen lasche kollega ja das habe ich auch schon festgestellt das schreibt er wie ein mädchen sagte letzte worte das ist voll der mist man ja finde ich auch so ich glaube wir machen noch eine runde oder ja dann sehen wir uns gleich nach der kleinen cut bis gleich kommen in der nächsten runde meine damen und herren mein name ist el muchacho du bist el muchacho ich bin el muchacho ja schön heftig hier wichtigste ist mal ein paar türme setzen aber du siehst du kannst dich auf allen feldern setzen nur die hellen kannst du setzen ja wie kann man drehen ach so kann man drehen ist gut wie kann man drehen q und e ich möchte ja kein arschlos sein vielen dank mein herr sie erleichtert mir mein leben tue ich das ja oi oi hast du überhaupt umweltverteidigung wie ich sehe ich glaube es war weiter hinten ok oder du hast es irgendwie geschafft komplett zu umfahren naja ich habe gerade deine sachen gesehen ach hast du umfahren oder was kann man so sagen ja ach scheiße tut mir leid wollte ich nicht wow das war aber knapp jetzt also wenn ich gerade ernsthaft gestorben bin ich will ja nichts sagen aber du bist gerade gestorben ich bin gar nicht gestorben ich bin bloß keine feuerkugel mehr ja weil ich abgelaufen ist wahrscheinlich komm hoch und hoch und und hier habe ich das gefühl dass die strecke ein bisschen lang ist ich habe auch das gefühl dass die strecke ein bisschen lang ist und vor allen dingen dass sie ein bisschen blöd ist nein bin ich gar nicht ich finde die super lecker ok also ich habe jetzt hier was hingemacht jetzt muss hier oben was hin da muss das hin ist eigentlich wirklich zum kotzen lang minimal ja jetzt kann man das geilste sehen eigentlich da können auch leute abknallen abknallen das ist ja witzig ich immer was mir viel mehr sorgen macht dass ich dass ich zu blöd bin zum stufen steigen komm mal klop komm oh geht doch nach zehnten mal hat es mal funktioniert also ich bin jetzt zehnmal gesprungen aber erst beim dritten mal hat es funktioniert au 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 seitwalt c4 mhm ein paar leute killen hier waaaaaa iiihihi ich will nicht sagen aber war ja eigentlich dumm die sachen dahin zu platzieren äh tnt ach das kenne ich irgendwo her von dir nein erzähl ich keinen scheiß hier tue ich nicht mein Name ist ein elefant ey ah ne ist kein elefant oder doch ist ein elefant das ist ein mammut haha oh bin ich schnell krass na komm schieß schieß ich hab dich grad immer sehen nicht schlimm wo bist du ach da weiß ich nicht ja ja oh oh ach fuck das shit ey na komm wo bin ich warum kann ich das nicht setzen es ist grün es wird grün angezeigt oh Florian mach augen auf da steht tnt ok nein wir machen sowas latrine weg windgenerator weg elefant weg oh daneben tschüss 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 oh bzw tschüss Perfekt ausgewichen man jaaaa tschüss Oh, das war schlecht, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Ja, willst du das jetzt noch sagen, dass das wirklich schlecht wird? Oh, da würde ich mir das nochmal überlegen. Let's get banned! Aua! Ich bin jetzt vorhin auch geschwungen, ey. Hallo! Hallo! Für uns ist eine kleine Fickkugel. Keine Ahnung. Oh, ist das süß, das Schiff. Na, entscheide dich. Wow! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hahaha! Oh! Spielverderber! Ich würde es ja eigentlich eher auf den Treppen machen, weil ich ja eigentlich auf den Treppen länger unterwegs bin. Nee. Soll ich meinen Elefanten sprengen? Mach mal. Habe ich es geschafft? Nee. Doch, Elefant ist tot. Nee, richtig nicht. Doch, Elefant ist tot. Nein. Doch, gerade eben gestorben. Nein. Lügner. Als wenn der Elefant sich gerade eben umgesetzt hat. Ah, kannst du treppen. Nee. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und tschüss. Um die Ecke. Und spring. Und hoch. Und spring. Und hoch. Ein tolles Gesicht. Spring nicht vergessen. Momente, wo man am liebsten eine Facecam hätte. Ja. Um zu zeigen, wie blöd sein Gesicht gerade war. Ich würde sagen, ich könnte meine Facecam werden, aber sofort die einzuschalten. Ich bin zuvor, sie wieder an den PC heranzubringen. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht in einer neuen Runde oder irgendwas anderes mit dem Dumme wieder. Also bis da. Ich bin mir. Ich würde sagen, wir können uns gut schenken. Ich bin ein bisschenmed. Ich bin mir. Ich überlege. Ich bin mir. Ich bin mir. Bis zum nächsten Mal.